Moin moin Leute, herzlich willkommen bei Trouble and Terrorist 2.0, ja, so wie Bosta auch 2.0. Mit dabei heute natürlich Dalukat, der gute Fisk, Kundran, der Nefi, Maxi McFly, Tau Tau, Juli und Shigo. Hallo? Hä, mein ganzes Interface ist lag. Alle, die heute nicht dabei sind, sind aus Trouble Town raus. Ja, genau. Ja, genau. Hitman-Mod ist raus, oder Tau Tau? Geht die bei dir noch? Hast du unten nen Namen? Ich hab grad gar keinen Film mehr. Ich hab gar keinen Overlay mehr, ist das normal? Ja, genau. Nice try. Grant spielt ohne Overlay. Der war am Überlegen. Hab ich wirklich, ich kann noch nicht mal snipen. Cool, Wasser hier drin. Hä? Was ist das für das haben? Gib mir das. Ich glaub, ich muss gleich nochmal neu connecten. Ich wusste nicht, dass das schade war. Was passiert hier? Was tut das mit deiner Steine? Ja, komplett, alles ist weg. Was hast du denn Shortcut für? Selbst wenn ich C drücke, kommt das Bei-Menü nicht. Screenshot-Menü? Obwohl halt, ach ich bin ja gar nicht. Wer, der gerade runter geht, hat ne Disco-Mod geworfen im Wasserfall. Super Disco. Dalu, Dalu ist es. Ein Schrei. Das war ein dickes Ei. Dickes Ei. Ein ganz schön dickes Ei. Wiii. Shit, ich seh auch keine Namen, ich muss nochmal neu connecten. Dalu hat hier zwei auf dem Gewissen. Ihr müsst mir sagen, wo Dalu ist. Nein, Dalu hat wieder ne Disco-Mod geworfen. Das ist ja ganz oben, oder was? Ja, was ist denn davon? Was ist die Disco? Na ja, Leute fliegen wahllos rum. Na wie viele man davon hat? Ja, kannst du kaufen. Ich hab Leute getötet. Ich krieg ja noch Reddits für Mord. Ich connecte nochmal neu. Oh shit, oh shit. Oh shit. Was ist das? Haha. Warte. Hey Scheiße. Ja, so sieht das aus. Hey. Jusi. Mhm. Wer lebt denn eigentlich alles? Also Dalu ist... Hier ist jemand nicht identifiziert. Das ist Dalu, ich hab ihn nicht identifiziert. Okay. Holy moly. Sonst noch, Maxi? Maxi, Maxi, Maxi. Falls ihr Maxi seht, tötet Maxi, ansonsten tötet euch gegenseitig. Alles klar. Alles klar. Mach mal. Nicht auf mich zulaufen mit einer Shotgun. Entschuldigung, wo ich sonst hinlaufen? Ich spollt. Hier rein. Wo rein? Huch! Was war das? Weiter! Ah! Oh my god, fuck! Was sollt ihr? Nein, das kackt es nicht. Glaube, Takt! Das ist fantastisch. Ach, Hunderbandete, der Skin fehlt. Musste ich jetzt erstmal gucken, ey. War das die Rotation Gun? Ja, das... Oh, was war das? Ich dachte auch erst, als du mich damit getroffen hast, dass du mich teleportiert hast und nicht mich rotiertest. Ach so, da dreht man sich halt. Aber das ist ja im Grunde dann das gleiche wie diese Verwirrungsgun, oder nicht? Richtig mies, ey. Nee, du drehst dich nur. Du drehst dich gerade, aber auf Anhieb so zack. Naja, aber wir hatten doch auch die eine Waffe, die schießt, mit der du einen getroffen hast. Und die hat dich dann, die hat dich so rumzappeln lassen. Immer so kurz. Woanders hin zielen lassen, mit der du nicht bezielen konntest. Auf jeden Fall, viele neue Items. Alle Items, die im Shop sind, sind nutzbar. Also, äh, jetzt ist kein verbuggtes Item mehr da. Außer beim Feuermagier, äh, nur Springen ist erlaubt. Das ist alles. Immer noch. Zum Beispiel wie die Dalu-Cut-Gun, äh, die Alu-Cut-Gun. Die Dalu-Gun. Doppelgänger wird hoffentlich bald repariert. Die Alu-Cut-Gun, die schon immer, seitdem ich bei TTT dabei bin, noch nie bin. Heya! Ja, nur Kunran sagen, ja. Au! Ja, ja, Kun-Wingau! Ja, ja, Kun-Wingau! Ja, nur kurz zu kurz dort, die dreht dich um 45 Grad, nicht 90 Grad. Und das im neuen Jahr. So, hast du es gerade nachgelegt, wenn ich bieten? Nein, ich war dabei, wie wir sie getestet haben. Hä, die dreht dich um einfach. Hey! Ja, das sind 45 Grad, nicht 90 Grad. Ja, ein Viertel. Ach so. Gute Gretel! Gute Gretel! Gute Gretel! Gute Gretel! Gute Gretel! Gute Gretel! Was hat er denn gesagt? Gut, was macht ihr auf dem Dach? Nefi und Tautau? Gute Gretel! Okay, ja, dann stimmt. Gretel! 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 Fisk ist es! Ja, genau! Gretel! Auf dem Dach hat keiner den Friendship gehabt. Doch, den habe ich aber gehört hier oben! Hier ist er! Hab ihn! Alter, ich komme nicht hoch! Was? Ich habe auch Fisk geschossen. Ja! Ja! Und da getroffen, Bobo! Schöne Dachpanion! Schöne Dachpanion! Oh! Also nichts gefährliches! Ich! Hallo! Und dann hat er getötet vom Friendship? Nein! Einer springt! Wo war er überhaupt? Ich habe den immer gesehen! Tau! Nefi hat seht! Ja, ja! Gott sei Dank! Da unten? Das ist Fisk! Das klingt nach Fisk, ja! Bosta 2.0, wenn ich bitten darf! Das war ein Friendship! Ja! Ich sehe den nicht mal! Aber das heißt ja nicht, dass ich safe bin! Es gibt noch einen zweiten! Wichtig! Ja! Du hast wohl nicht den Friendship abgefeuert! Noch nicht! Nee! Okay! Jeho! 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 Das war jetzt von ICQ, oder? Oh! Oh! Hallo! Ich will diese Leiche identifizieren! Dankeschön! Oh! Oh mein Kerl! Was? What's da? Was machst du da mit deinem Eisen? Flehen hauen! Da kommt einer! Ey! Probablell? Wie kannst du das nicht schafft? Wer kann doller zuhauen? War es jetzt Fisk oder nicht? Ah! Man weiß es nicht! Man munkelt! Ich glaube ich habe ihn nicht getötet! Da läuft der Tauter! Hallo! 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 Oh! Oh! Sag sie nicht! What? Da spring doch mal! Okay! Auf dem Team im Wasserfall! Tschüss! Nein! Jeho? Ich glaube Julie ist runtergefallen! Nein! Ich habe den Aufklang gehört! Spiderman-Gun kam zu spät! Ja! Da unten liegt immer! Wer geht da gerade aufs Dach hoch? Und wieder runter? Endlich kann man einen Mann zu spät! Hä? 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 Oh! Ihr legt auch weiter! Wir können doch gar nicht zu spät kommen, oder? Ein Mann kommt immer dann zur rechten Zeit! Nein! Nicht Julie! Gott! Sie war noch so jung! Irgendwer ist da draußen gestorben wieder! Eiskalt! Jo! Hab ihn! Ah! Okay! Dann muss es Tautau sein! Was macht Maxi und mich safe? Maxi ist tot! Nee! Maxi lebt! Er wollte auch eben zu mir kommen! Dann duelliert euch einfach! Auf gut Glück! Vielleicht ist Tautau auch tot! Auf gut Glück! Alles klar! Nee! Lieber nicht! Ach so! Ei! Wieso schießt der mich? Ei! Wieso schießt der mich? Ei! Dann ist es Maxi! Wo? Oben auf dem Dach fast! Oh! 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 Das ist nicht so cool! Aber hier ist Wasser! Das ist nicht nett! Dir ist ins Wasser gefallen? Ja! Verflucht! Muss hier über Wasser sein! Du 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 du! Guten Tag! Yo! Guter Schuss ey! War das die Gravity? Nein, nein, nein! In dem Haus streamt man da automatisch nach oben! Hä? Stimmt! Endlich gibts den Friendship wieder ey! Er hat die Musik angemacht und erst mal so... Ah! Ja! Vor allem macht er sich so ein und ich dann nur so... Nein! Aber dann ist er eskalieren oder sicher... Wie habe ich dieses Lied vermisst? So war das mein Gefisst gerade so... Du machst doch auch mein Gefisst! Na ja, aber... Ah! Das war es wert! Sagt der! Das war es wert! So seine Droge! Erst mal den ersten Schuss verpasst! Aber die Super Disco, die ist genial! Die Super Disco! Ja! Die Super Disco! Rends gerade so... Oh! Das ist nicht so cool! Ruhig! 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 Ich wusste, dass was passiert! Das normale Baby gibt's ja auch noch! Nicht schlecht! Gibt's den Flopper noch? Ja! Den Flopper müsste eigentlich drin sein! Guck doch mal eben im Shop! Wollts grad sein! Guck doch mal kurz nach! Yeah! Kazan! Wieso? Ich warte, dass du nochmal springst! Warum ist eigentlich so ein Kleinschmerz in deinem Leben? Ist doch schon einer gestorben oder nicht? Ja, aber war das nicht ein Baby, das geheult hat und dann explodiert ist? Was? Das war ein Spielerschrei! Das war ein Spielerschrei! War ein Spielerschrei? Könnte auch ein explodierendes Baby gewesen sein! Aua! Ich wurde angesteipert von unten! Nee, nee! Botzer! Da hat sich wieder ein Baby gespielt! Was? Ich hab ne Dingel jetzt in der Hand! Mit deiner scheiß Pistel! Ne Wellrot! Der Botzer, der sagt! Au, schon wieder! Das war ich diesmal nicht! Das ist richtig! Das war er nicht! Das ist richtig! Ich wurde... Fisk, was hast du denn in der Hand? Thomas hast du in der Hand? Ingel oder ein Baby? Schieß auf den Boden! Jetzt hast du gewechselt! Scheiße! Ja, ja! Also Fisk, dann ist er! Jetzt hab ich gewechselt auch! Seid ihr alle im Tour? Nö! Das will er nur wissen, wann eine Disco-WF läuft, Leute! Genau! Richtig! Seid ihr alle oben! Pass auf! Da unten läuft doch einer! Geh weg, Botzer! Geh weg! Geh weg! Monster Rhymes! Sind die Fans da eigentlich kugelsicher? Oh, oh! Tau! 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 Ist runtergeschno... Er, Nephi! Was denn? Er ist hier oben! Er ist hier aufgeschlagen! Nix, Nephi! Ich bin hier oben! Hallo! Wo ist dies passiert? Wo liegt die Leiche? Hier ist Blut! Hier ist Blut! Da müssen zwei Leute liegen! Da müssen zwei Leute liegen! Auf den Bäumen, glaube ich! Unten lief auch noch einer! Wer war das? Ich bin unten! Noch einer runtergefallen! Juhu! 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 Unsichtbare Wände! Was? Die sieht so grün aus hier wegen dem Gras! Ich seh hier keine Leichen! Ne! Ah! Es gibt keine Leichen! Sie wurden entsorgt! Sie wurden entsorgt! Hast du Kannibalismus? Schubs! Was macht der Sniper King da eigentlich oben? Ich bin nicht allein hier oben! Ich bin nicht allein hier oben! Boah! Wasser! Nephi wurde vorhin angesnipert! Ja beim Wasser macht die doch nichts, oder? Den Brand musst du immer mit Wasser bekämpfen! Wurde mir gesagt von meinem Papa immer! Weil ich einen Brand habe, muss ich den Wasser... Dalo! Ich bin schon mal so! Juhu! 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 Das ist das neue Baby! Ja! Ich hab was gefunden! Ein totes Julie! Wer knitschchen denn da so scheiße? Mein Gott ist denn da wieder eine... Ich hab Hunger! Leute sorry! Ich hab auch noch nix gegessen. Einmal mit künstlicherweise. Push to talk. Push to talk ist für Loser. Oder was abgeben, ja. Hey! Hast du n Radar? Nee. Rauchen wir nicht. Rauchen wir nicht. Oh, ist einfach noch da unten. Oh Gott. Was ist das jetzt? Sorry Leute, dass ich euch was voresse, aber... Hatte heute ne 3 Stunden Fahrt jetzt vor ein paar Minuten hinter mir, weil ich von Hannover nach Hause gefahren bin. Vor allem diese, yeah. Um rechts rechts zur CTT-Aufnahme zu kommen. Schub sie mal runter, da mussten wir Action rein. Und jetzt hat Klein-Gran Song er. Der Shot kann einfach abschießen. Das ist super Disco. Ja. Oh, ja. Noch mehr? Noch mehr? Der Deadringer backt auch nicht mehr. Es steht nicht mehr oben, oder? Ja, stimmt. Wieso habt ihr euch gegenseitig abgeballert? Ich hab ihn aus von sich angeschossen, oder was meinst du? Nee, Kunran hat dich doch getötet, oder? Nee. Nee, äh... Nee. Das war Maxi. Ich bin kurz die Leiter hoch. Achso! Und auf einmal hab ich halt die Leiter gehört. Ja, Kuckuck, beschreibts richtig. komm, die Leiter. Nee. Dann brauchen wir nicht mehr zacktot. Also ich bin dumm, du warst ja verdammt. Aber dass du noch zu diesem Baby gerannt bist, weißt du... Oh, da war ein Baby, lass ihn laufen. Ich dachte, es war einfach mal hinter mir. Es hat mich ja nicht getroffen. Doch, ich hab dich ans hingeschossen damit. Achso, das hab ich nicht gesehen. Das ging an mir vorbei. Das ging an mir vorbei. Warum habt ihr alle die Softgun? Ich möchte auch einen haben. Die jetzt echt oft noch hier auf der Mail. Ist ausverkauft. Ausverkauft. Was? Julie ist ausverkauft? Gibt's nicht mehr. Julie ist ausverkauft. Die ist völlig ausgerufen. Die haben gebraucht. Alle Leute wollten Julie zu Weihnachten. Julie verkauft sich was? Was? Aus der Weihnachten war sie eine Tode verschenkt. Verkauf meine TTT. Au, ey, Maxi! Genau. Auf der Treppe, total gefährlich. Lieber nicht auf dem Turm. Maxi auf der Treppe mit der Crowbar. Au, ich bin schon wieder angeschossen. Diesmal bin ich's nicht. Ich bin im Gebäude. Ich hab ne Plasma. Ich verfolge Bots. Er war's nicht. Was? Du hast ne Plasma. Ey, wollen wir ein Plasma-Duell machen? Das machen wir. Okay. Wer ohne Sünde ist, wer für die erste Plasma. Ja. Ah! Ah! Lebst du noch? Ja, beide Legen aus. Ah, okay. Auf einmal warst du weg, als ich mich wieder umgedreht hab, weil du warst ja nur um die Dinge ins Bettan. Ich war im Bücherregat, ja. Aber Maxi, ich hab noch eine! Oh, shit! Warum kamst du vom Traitor-Room eigentlich? Oh, Moment. Maxi hat jetzt eine Flasche nicht dran. Lauf, Julie! Maxi ist hinter mir! Wer hat Kondran ist Traitor? Ich glaub, Carlo, das war die Granate von Boxer wahrscheinlich. Ich wurde angeschossen, ja. Das kann sein, ja. Wir haben Granaten geworfen. Karma, Karma, Karma. Ich hab jetzt aber keine mehr. Karma, Baby! Karma ist a Bitch. Hier gibt's keine Wasser. Bitch. Au, ey, geschlagen hat er mich! Bitch, Lee! Schläger! Schlagt ihn zu Tode! Schubst ihn vom Dach! Äh, lauter, boo! Los, schubst ihn, schubst ihn! Los, schubst ihn! Jetzt schubsen! Ha! Schubskreis! Ah! Floppen sie da alle aus dem Maulwurfsloch. Hey, Maxi lebt, also ich war so ruhig. Super Disco! Nein, nein, nein! Stell weg hier! Oh mein Gott, ich bin runter! Ah! Nein! Alle sind wieder runter vom, da bin alleine. Oh, das war krass. Oh Gott, das war knapp. Oh, er hat's überlebt. Ne, weg hier. Mach das nie wieder! Oh, er überlebt's. Oh, shit! Oh, shit! Julia ist zerlegt. Okay, ich dachte gerade, Julia hat auch auf den Kopf gesprungen. Hat Julia wieder zerlegt? Ja, ich dachte auch, sie will mich koopern. Julia wollte Tautau koopern. Sie hat ja auch noch wooo gerufen. Oh, hinter dir! Da! Da rennt die Treppe hoch! Hinterher! Botstar! Ja! Hey, Max, du schießt! Hab ihn! Hab ihn! Er war's nicht. Der wollte mir was an... Ah! Botstar ist Traitor. Ne, ich glaube, Botstar wird gerade von Shigo gemacht. Nein, Botstar ist es. Kunran und Botstar sind Traitor. Botstar wird gerade von Shigo gemacht. Woher willst du wissen, dass er lebt noch? Hilfst, kannst du dir mal, danke. Kunran ist da drin. Wenn die Kunran seht, macht Kunran. Oh! Und da schwirrt der langsam zur Decke. Was, Fes? Ja. Kunran hat sich von so merkwürdig verhalten. Du kamst vom Traitor Room. Das war ein bisschen verdächtig von dir. Ja, aus dem Traitor T-Leporter. T-Leporter. Unten ist so ein kleines Haus, da kannst du reingehen. In dessen Portal, dann bist du in dem großen Haus oben. War wieder ein Symbolopfer von Polizeidiskor. Da steht, ich bin gefallen, weil da du mich geschubst hast. Die Superdisco ist so ein riesiges Ei mit roten Kapao-Comic-Zeichen. Da steht ein großes S drauf, wie wir Superman haben. Kapao. Achso, das Ding, ja. Kapao. Warte mal, kommt man einfach unter die Insel? Keine Insel. Stimmt, die Insel... Die... Die... Wie heißt das? Die... Insel. Was denn? Meer, Erde, Sand, Baum... Wenn sie... Wenn sie im Wasser schwebt, wollte ich gerade sagen, wie heißt das? Schwimmen! Insel. Nein. Ich... Ich hab' eingekauft. Treib, danke. Mann, ey. Kondran hat gerade angekauft. Ich hab' heute zehn Stunden lang dänische Kunden bedient. So viele Leute hab' ich noch nie erlebt. Was? McFly verkauft sich. Tautau, Tautau, au! Ja, aber nur an die Dänen. Tut mir leid, oder? Mach auf. Mach du da auf. Ich hab Tautau getötet. Ich hab Tautau getötet. Ich hab Tautau getötet. Ganz hoch, Fisk. Ich töte Botster jetzt. Ja. Wird gerade runter. War's Botster? Wolltest du mir eben auch schon was anhängen? Das heißt, ich sterbe wahrscheinlich. Ja. Ich hab eben nichts getan und wurde von dir getötet. Gerade eben. Ja, und diesmal häng ich dir eine Geschlechtserkrankheit an. Fisk is safe und ich hab Tautau getötet. Tautau liegt irgendwo auf den Bäumen drauf. Ne, wir auch. Da hinten im Wasser treibt einer. Wo? Und du schießt noch drauf. Sehr nett. Nein. Schieb. Schieb den Wal. Oh nein, er hängt in der Ecke. Das ist beleidigend. Hilf doch mal ein bisschen. Er schieb den Wal. Er ist so. In welcher Ecke? In welcher Ecke? Du nennst mich immer selber so. Ja. Bin ich ja. Bin ich ja. Das Labyrinth durchschießen? Ja, da hinten. Erfrischend wie immer. Ja. Auch im neuen Jahr. Also da nun Fisk, wenn euch jetzt einer schubsen werde. Dann wird das so enden. Mach doch mal Juli. Was ist Nefi? Du bist scheiße, ey. Du bist doch, oder? Nein. Ich hab einer getötet, jetzt hör auf. Dann geh runter und confirm ihn. Ja, wieso Fisk war Inno, aber Tautau war Traitor. Ach so, aber du hast Fisk runtergeschubt. Wo ist Fisk denn jetzt? Fisk ist im Wasser gelandet. Okay. Dem geht's gut. Und Chica hat ein paar viele Waffen mit. Na gut. Ich hab Fisk gefunden. Fisk ist also nicht im Wasser gelandet. Doch, Fisk ist im Wasser gelandet. Nein, er hat sich, er ist beim Aufsteigen aus dem Pool, hat er sich den kleinen Zeh gestoßen an der Leiter. Ja, hab ich auch gedacht. Der Fisch geht immer Richtung Wasser. Der Fisch geht. Auf wen schießt du da schon wieder? Mein Gott. Warte mal, wie ist die Negev eigentlich halb leer? Warum machst du da noch? Tautau lebt, by the way, wieder. Tautau ist wieder live, dann ist Shigo es nicht gewesen. Allein. Maxi war's dann auch nicht, glaube ich. Ich gucke mir das jetzt die Augenpfeife. Wer, ich? Ja. Nein. Nein. Du musst Kunran abballern, Grant, sonst töte ich dich, wenn ich dich sehe. Warte, Kunran war hier gerade bei mir. Irgendjemand hat hier auf jeden Fall gerade jemanden abgeknallt. Die Tautau noch? Nein. Hat sich noch niemand den kleinen Zeh verstaucht. Geht hier schon mal schnell auf der Map. Ja. Mikrofon muted. Also Julie. Hm. Keine Banik. Auf ihrer Titanic. Wen schießen Sie, Mr. Kunran? Auf Julie, die hier rumfliegt vielleicht? Ja. Ich denke, ja. Bist du beschossen? Mhm. Ich habe den Kunran niedergemäht. Ja, gut. Hallo. Ah! Ich habe gesagt, tschüss! Wo ist er denn? Wo ist er? Was? Oh Mann, da. Oh Mann, bin ich low. Und wenig HP hast du auch. Nein. Ja, wahrscheinlich. Mir war es auch auf der Zunge. Ich dachte mir so, oh. Deswegen musste ich so lachen. Er zeigt sich nicht, der Panda. Er ist bestimmt mit seinem Bambus zurückgekrochen. So ist es. Nein, nur Spaß, Julie. Ich bin so low. Ja, ja, ja. Ich bin so low. Schreibt das alles auf. Schreibt das raus, immer. Schreibe ich alles ins Mobbing-Tagebuch? Liebes Mobbing-Tagebuch. 2016 wollen wir schon füllen, ne? Ja, jetzt. Das erste ist schon voll, ey. 2.0. Nach fünf Minuten. Wo ist er denn? Warum hängt hier eine Leiche in der Decke? Wo seid ihr denn schon wieder? Das fragen wir dich auch. Ich bin auf Panda-Bären-Jagd. Also ein Radar ist immer noch ein Twitter-Shop, das war halt gut. Ja, ja, aber ihr habt keine Credits. Ich würde als Innozent auch ein Radar haben. Muss halt jemand killen, ne? Ich sollte wohl mal vom Dach runter gehen. Nee, nee. Ach, dafür hast du Credits. Hatte er doch. Weck doch! Ja. Aber jetzt hat er ihn immerhin verbraucht. Ich bleibe deine Credits. Kein Problem, kein Problem. Dafür lebe ich ja wieder. Also Maxi war auf dem Dach, Julie war mittlerweile schon draußen. Nein, 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 nein. Oh, Mann! Oder? Habe ich. Du hast auf jeden Fall Tautor. Nee, okay, habe ich nicht, gut. Tautor ist down. Das wäre auch zu schön gewesen. Das ist die längste Runde 2016. Boah, endlich! Boah, ey. Ja! Das sind halt die beiden, ne? Und Nephi war schon zehn Minuten tot, ey. Muss man nachzum sagen. Ja, hallo? Ja, wenn man sich keinen Radar holt. Nephi hat nämlich am Silvestermacht gesagt, er macht alles anders dieses Jahr. Ich werde einfach nicht Traitor. Das ist das. Wir haben dich deaktiviert für dich, Nephi. Ja, ich bin unter der Insel gespawnt. Der beste Spawnpunkt der Welt. Da klipp es echt ein. Halt die Luft an. Halt die Luft an. Ein schöner Gruß an die Fische. Fisk, warum bist du nicht in den Wasser fallen gegangen? Du kannst es nicht schaffen, ey. Ja, ich habe es nicht geschafft. Soll ich nicht auch andere farbige Smoke Granates sein? Ja, aber das habe ich ja gesagt, habe ich noch nicht testen können. Ich habe gar keine... Ah, jetzt habe ich eine Smoke. Geil. Bislang nur grau. Aber Juli, wie hast du denn letztens... Dann wird das wahrscheinlich... Den letzten Sniper schluss ich auf die abgemacht. Überlebt. Ah, okay. Ja, ich bin halt flink. Alles grau. Wie mein Leben. Bist du link, Juli? Nein. Flink. Das ist doch diese Frau, oder? Nein, sie ist Zelda. Ja. Nee, Frau nicht. Hey, da ist doch einer. Oh nein, 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 warte mal kurz. Hey, da ist doch einer. Der wurde abgeschossen. Tau Tau wollte nicht mehr. Vielleicht ist er einfach... Wer ist da oder? Ja, von oben, vom Dach wahrscheinlich. Pandas sind halt vom Ausstieg. Ey, da kommt doch einer. Was ist das? Wer macht das da oben? Nein, 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 nein. Halt die Falkanaden. 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 Blödsinn, ey. Ja, es ist da, Lu. Schon wieder? Oh, kacke. Wer geht hoch, der fliegt runter. Denkt dran, wir haben uns zwei. Das Baby auch noch. Oh, das ist echt gruselig jetzt. Die Leiche einfach so ganz langsam den Wasserfall runtertreiben. Hast du noch was zum runterpullern? Er ist immer noch oben auf dem Boden. Runterpullern. Au, ich hab geschossen. Das mach ich aber nicht. Nee, das war Chico. Hey! Hey, warten wir doch nicht. Das ist hier unten. Ich seh den aber nicht. Hier ist einer vom Dach gefallen. Mal wieder. Ist nix neues. Wer ist hier? Wer ist das? Chico. Hallo. Oh. Wer hat aber einen schönen Abgang gemacht? Was macht denn der hier, Leute? Guckt euch den mal an. Rechts. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Wer zuletzt lacht. Das war ein Headshot. Oh Gott. Oh nein. Indem ich ne Superdisco gedroppt hab und weggeflogen bin. Du bist auch so ne Superdisco. Ich weiß. Ich hab auch gesagt, 2016 mach ich alles anders. Endlich fängt der mal gut an zu spielen. Alles wird besser. Ja. Friends, hast du nen Radar? Äh, jo. Ego war's auch nicht. Warte. Ah, unten rennen die alle rum. Unten wo? Unten, ja. Ist ne gute Frage. Unten im Gebäude und jetzt geht einer hoch. Ja, du machst das. Okay. Hallo. Juli, Tennis. Dann wird das Tennisspielen nicht ganz so verstanden. Ja, war auch gemein. Bist du jetzt runtergesprungen? Ich war gar nicht oben. Ich war oben, aber ich bin tot. Durch Fallschaden. Hey, ich trink grad. Ah, okay. Zum Glück guckt er nicht nach hinten. Man hat 1a gehört, dass er links gerade am Trinken ist. Ich hab's auch gesagt, nur mal so. Oh, am Trinken. Ich dachte so, ja. Also, ich hab das Trinken nicht gehört. War bei mir nichts zu hören. Ey, Bots, das war ein 1a Headshot bei dir gerade. Ey, ich bin auch unter der Insel, was soll das? Ja, hast du davon. Counter-Strike? Counter-Strike's back, ja. Aber die neuen Items sind auf jeden Fall ganz gut. Ist auch mal wieder erfrischend ohne den Hidden Man, muss ich sagen. Ja. Man kann mal wieder einfach jemanden töten, ohne Angst zu haben, dass es da falsch ist. Wir können aber noch mal eine Stunde weitergehen mit der Assassin-Mod. Oh Gott. Assassin-Mod? Ja gut, das ist eigentlich auch cool, wenn man dann noch Zeit hat quasi, ne? Ja, wenn du Nephi zum Beispiel töten musst und dann vorstabert Tautoy-Gänze, dann kannst du erst Tautoy erschießen und hast dann noch fünf Sekunden Zeit, Nephi zu töten. Oh Gott. Aber wenn du es bei der Assassin-Mod nicht schaffst, sich an die Reihenfolge zu halten, dann greifen dich NPCs an und töten dich. Na toll! Da kommen Ninjas, die hauen dich dann um. Geil. Die Assassins, ey. Wenn du dich an den Assassin-Codex gehalten hast, hör dich klar. Da werden die schon mal sauer, ja. Ich hab Prinzessin-Codex gestanden. Hat denn hier gerade rumgeplätschert. Oh, jemand ist gestorben. Wer ist dann denn gerade runtergefallen? Mord. Es war Mord. Wer war es? Es ist. Es ist. Und dann. Und dann. Da-dum. Da-dum. Nach dir, Maxi. War hier keiner? Da bist du hängen geblieben. Ne, hier war keiner. Aber irgendwo ist einer runtergefallen. Wahrscheinlich hängt er noch mit Bäumen oder nicht. Hier ist auch Blut. Da ist einer. Hat runtergetropft. Da-dum. Wundergetropft. Echt Dalu-Card ist tot. Tautau! Das ist ne Fake-Leiche oder so. Ja, schieb, tut mir leid. Wunder, wodurch ist Dalu angeblich gestorben? Falschaden. Okay Fake-Leiche kann man aber einstellen Ja, aber Pistole oder Fallschaden kann man einstellen Wird ja passen Ja Aber war die Inno die Fake-Leiche? Ich weiß das nicht mehr Ja Obwohl halt nicht stimmt Aber die hat einen Schrei gemacht, was macht die Fake-Leiche eigentlich? Julie 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 Hier ist noch einer tot Oben auf dem Dach Diego ist tot Julie gemacht Gestorben durch Shotgun Also die Waffe hätte, was keiner von uns hat, oder? Doch, ich hab nicht so drauf Was war das? Das war eine super Disco, oder? Vorsicht, Kunkan, wir gehen nach oben Wo ist das hier? Kann man von oben runter gefallen? Gibt's denn auch wieder? Geil Gibt's denn wieder? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Hatte ich gar nicht gesehen Komm ich eigentlich hier durch durch die Scheibe? Warte, ich guck mal kurz Ja Ja Ach du kommst die Scheiben durch Okay Hier oben ist niemand Kun dran Au Okay Was fällt ein Hirn grad runter Woa Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Und so blauer Rauch so ein bisschen Das war die Gravitationsgranate Das war die Gravitationsgranate Ah Alles klar Das war Tau Tau Jetzt ehrlich? Nein Ey Fizz könnte es sein Nein, ich bin Nein, ich bin Nein, ich bin Nein, ich bin Ups Sauber Juli, du hast ihn gekehlt, oder? Da war auf jeden Fall ein Faszinator Da war auf jeden Fall ein Faszinator Was ist denn hier los? Ey Juli? Juli wurde Hey Max, hier ist es Ah, hier ist noch einer Okay Bis zum nächsten Mal, Leute Tschüss Super, auf Nefi noch zum Ende Oh shit